Wayne Brady denkt über eine Vasektomie nach. Der Moderator von Let's Make a Deal kündigte seine Überlegungen kürzlich bei The Talk an. Seine Tochter Maile und Ex-Frau Mandy Takita, die ebenfalls dabei waren, stimmten ihm zu. Wayne meinte scherzhaft, er sollte gleich nach der Show einen Termin vereinbaren. Nach der Geburt seines zweiten Kindes sei dieser Schritt für ihn ernsthaft im Gespräch. Sein jüngster Sohn Val Henry wurde von seiner Ex-Freundin Tina zur Welt gebracht. Wayne betont, dass er ein liebevoller Vater für Val sein möchte, genauso wie für Maile. Die Beziehung zur Ex-Frau Mandy ist trotz Trennung freundschaftlich. Mandy sorgt sich um Waynes mentale Gesundheit, da sie gemeinsam einen Trauerfall bewältigen. Ihre Patchwork-Familie, inklusive Mandys neuem Ehemann Jason, stärkt Wayne in schwierigen Zeiten. Maile unterstützt ihren Vater dabei, dass er nun an sich selbst denken sollte.